Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TroopTV und willkommen zu einer neuen Reaction am TroopZember, Hashtag 4 und zwar hat Doni42, ein Rapper aus meiner Stadt aus Solingen, einen neuen Track hochgeladen und zwar an Sirenen und ich würde sagen, das ganze gucken wir uns das mal an. Gönnen wir uns doch mal. Der letzte Track war eigentlich recht gut und ich bin mal gespannt, wie der Track so wird. Rein da! Was ist das für eine Szeneneinblendung? Jawohl! Ich spüre deine Reue, doch ich zeige keine Empathie. Du machst Fehler, lebt damit, LRW. Du bist nicht ehrlich, nein. Du bist Fake, Fake, Fake. Keine Pardon, der Zug ist weg, weg, weg. Aber Gott sei Dank regelt es Karma. Was ich kriege, wird mit Brüdern geteilt. Und ihr tötet für die Tränen von Mama. Doch bringt sie dann im Endeffekt selber zum Wein. Immer die Frage, höre ich auf mein Herz oder nicht? Ist es wert oder nicht? Ist es schwer ohne dich? Da kommt auf jeden Fall richtig geil rein, ne? Bis jetzt das Video, irgendwas... Die Frage, höre ich auf mein Herz oder nicht? Ist es wert oder nicht? Ist es schwer ohne dich? Eines Tages kommt dann ein sehr... Aber irgendwas stimmt mit dem Video nicht. Keine Ahnung. Äh... Ist ein bisschen grüsslich zum Teil. Keine... Irgendwann ist da wohl schiefgelaufen. Ich weiß es nicht genau. Ach ey, das hier oben, äh... Kranhöhe müsste das sein, ja? Also hier in Solingen Kranhöhe aufgenommen. Also meine ich, dass es da war, oder... Ne, oder war es bei irgendeinem Gym oder so? Ich weiß nicht genau, wo es war. Könnte Kranhöhe sein, könnte aber auch ganz woanders sein. Ich weiß nicht genau. Äh... Kann Donja später mal in Kommentare schreiben auf YouTube dann. Ah ey, übrigens, äh... Die, die Reaction dann nachher auf YouTube sehen. Ich, äh... Bin grad, äh... Live auf Twitch und, äh... Einer schreibt rein, ja, IHK Kranhöhe. Ja, dann, äh... War es doch richtig. Ich, äh... Ich dachte grad, da kennst du doch irgendwo her, ne? Boah, da ist ja auch richtig geil reingekommen. Also, zwischenzeitlich, äh... Wie, wie schon gesagt, auch wenn er mich ja gefragt hat, dass ich eine Reaction mache, werde ich trotzdem ein bisschen kritisch sein, ja? Äh... Teilweise sind, äh... Irgendwelche Reimen so irgendwie aus dem Flow gesetzt, keine Ahnung. Aber da ist er wieder richtig geil reingekommen, ne? Bela Nui, ja, ich lenke den Beamer, schaue... Da, lenke den Beamer, dä, 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 richtig geil. Ja, ich lenke den Beamer, schaue in den Spiegel, doch erkenne mich nicht wieder. Und was abgeht, weiß nie einer hinter den Kulissen. Musste mich erst verlieren, um mich wieder zu finden. Seitdem die Leute über mich reden, steigen bei Spotify die Zahlen. Mir ist es egal, wer was sagt, hab nur ein Ziel, offentlicht bald viral gehen. Es war viel zu dunkel, wusste nicht, wohin. Ich hab mich zu langen Kreis gedreht. Und ich brauch nur einen Blick in den Himmel und weiß jetzt, wo lang diese Reise geht. Bescheidung von gestern, sie dreht mich heute viel. Das ist ja ganz komisch, ich kann diese Brüllen ja überhaupt nicht fühlen, ne? Keine Ahnung. Nee, aber es ist auf jeden Fall recht gut. Wie gesagt, manchmal irgendwie ein bisschen, äh, Offbeat, meiner Meinung nach. Also man hätte manche Reihen, beziehungsweise manche Zeiten mal ein bisschen, zwischendurch ein bisschen schneller oder mal ein bisschen langsamer. Aber ansonsten müsste es eigentlich recht gut, ja? Und manchmal kommt der echt richtig geil in den Beat rein, ne? Und Video ist auch Baba. Ich weiß nicht, wie oft der es gedabbelt hat, ne? Hier bei dem Sirenen, das hätte ich locker so sechsmal gedabbelt oder so. Ich mein, mach ich bei meinen Tracks auch nie, äh, weil ich die auf Spaß einfach aufnehme. Aber wenn das irgendwie so sechsmal gedabbelt, so richtig, äh, druckvoll wäre, bestimmt geil, ey. So übelst oft gedabbelt. Äh, und dann auch teilweise mit einer anderen Stimme hätte ich bestimmt geilen Klung, finde ich. Ja, auf jeden Fall übertrieben. Nice und, äh, ja, das war's dann auch, äh, von New Action. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben, äh, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und, äh, Links natürlich in der Beschreibung. Ja, und dann sag ich einfach mal, haut rein, Leute. Das war wieder euer TobiTV. Oh,ô. Woo-hoo.